Susanna Marchesi Vor zwei Jahren hat sie noch bei einer russischen Trainerin trainiert Sie hat auch 97 die Natalia Lipkowska trainiert hat Dadurch hat sie auch eine ganz starke Entwicklung gemacht Und sie ist auch viel viel besser geworden Was es mit ihr jetzt ist, habe ich jetzt leider keine Ahnung Ich kann jetzt keine Informationen geben Aber ich denke, sie ist immer noch bei ihr Oh-oh-oh-oh-oh-oh Untertitelung. BR 2018 Ja, sie kann vieles von dem, was man können muss, und trotzdem fehlt sie der richtige Sprung nach vorne.